Ja, da steht ja schon unser nächster Referent, Jens Vatter ist das, so sportlich er aussieht, er ist ein echtes Schwergewicht, der Kerl. Was deine Kompetenz in EMS betrifft. So darf man das doch einschränken, oder? Also ich meine, man muss es einfach nochmal aufzählen, was du alles so treibst. Du hast hier in Köln hast du eine PT-Lounge, du bist Sportökonom, du bist European Master of Health and Fitness, wissenschaftliche Berater und Ausbilder für EMS-Training und Functional Training und Coaching. Er ist auch der Kopf der internationalen EMS-Ausbildung vom Glucker-Kolleg, also dass dieser Siegeszug von EMS in der Welt so funktioniert, hat auch mit dir und deiner Person zu tun, dass du halt versuchst, die Menschen überall gut auszubilden, dass die Menschen eben überall gutes EMS-Training bekommen. Er ist ein Praktiker durch und durch, ich glaube, das kann man so sagen. Und du kennst auch die Best-Ager vom täglichen Training und kannst so ein bisschen deine Erfahrungswerte jetzt an unser Publikum weitergeben, wie man vielleicht diese Lücke, die Professor Kämmer ja gerade schon angesprochen hat, dass da der Markt offensichtlich noch Potenzial hat, wie man die füllen kann mit entsprechendem Training. Ja, ich habe zu Anfang erstmal eine Frage, denn ich denke mir immer, was heißt eigentlich Senior? Wer in dem Raum ist, zählt sich denn zu den Senioren? Mal Hand hoch. Also ihr merkt, bei Senioren geht das manchmal ein bisschen langsamer, deswegen frage ich nochmal, also wer zählt denn dazu? Wer zählt sich denn selbst dazu? Ich frage mal anders. Wer in dem Raum ist über 70? Wer ist über 60? Da ging die Hand vorhin nämlich nicht hoch. Auch ganz interessant, hat sich nicht als Senior gefühlt, ist aber der Senior im Raum. Senior heißt ja der, quasi der Vorgehende. Ja, und wer ist über 50? Ich weiß es, ich weiß es. Wer ist über 40? Also diejenigen, die vorher die Hand gehoben hatten, die müssten eigentlich nochmal hochgehen. Frage, wer ist über 30? Von der Definition her, seid ihr alles nämlich Senioren, wenn ihr über 30 seid. Da gehen bei manchen so die Köpfe runter. Ich betreibe auch zusätzlich auch noch Sport, also ich bin nicht nur im Bereich EMS tätig, bin auch im Bereich Leichtathletik unterwegs. Da ist man in Deutschland ab 30 Senior. Im Schwimmen ist man das ab 25. Da geht nämlich das Altern schon los, das heißt, da fängt man an hinterher zu hecheln langsam. Man kommt bei den schnellen Sachen nicht mehr so mit. Das ist das, was auch viele so irgendwann in den Kopf gesetzt haben. Jetzt haben wir eine Generation, die immer älter wird. Wir haben eine Generation, die immer länger jünger bleibt. Wenn wir uns Bilder anschauen von Leuten, die heute 50 Jahre alt sind und die vielleicht vor 30 Jahren 50 Jahre alt waren. Also ich sage mal so, hätte ich jetzt vor 30 Jahren die Frage gestellt im Fitnessmarkt, wer ist über 50? Da wären vielleicht zwei Hände hochgegangen und die werden als Dinosaurier bezeichnet worden. Ich wurde auch schon als Dinosaurier der EMS-Branche bezeichnet, weil ich seit 18 Jahren jetzt in dem Thema bin. Und ich denke, 18 ist jetzt gerade mal erwachsen. Das heißt, wir haben noch viele Jugendliche und noch viele Kinder in der EMS-Branche, aber noch keinen wirklichen Senior. Ich habe mir auch überlegt, was bringen diese ganzen Effekte eigentlich? Wir haben so in Studien, jetzt mal grob einfach mal zusammengefasst, wir haben Körperformungseffekte mit schon sehr, sehr geringem Trainingsaufwand. Wir haben Thema Übergewicht, Bauchfett. Das möchte ich ein bisschen mehr herausstellen, als der Wolfgang Kemmler das gemacht hat. Denn deswegen kommen auch viele Kunden zum Training, weil sie unzufrieden sind, so wie die Alterserscheinungen nun mal ausfallen. Es ist nicht mehr so leicht, man bleibt nicht mehr so einfach, schlank, durchtrainiert. Manche Sachen fallen auf einmal schwerer. Und ich glaube, das kann der ein oder andere von euch auch sagen, mit 30 Jahren geht das auch schon ein bisschen los. Manche Sachen steckt man nicht so leicht weg. Wer vielleicht abends noch mal ein bisschen länger raus war, der weiß, am nächsten Morgen sieht das anders aus, als vielleicht noch mit 18. Wo setze ich also diese Grenze? Ich habe jetzt für mich einfach mal gesagt, wir nehmen einfach mal wirklich diejenigen, die deutlich über 60 sind. Und zwar diejenigen, sehe ich jetzt mittlerweile als Senioren, die entweder am Ende ihres Berufslebens stehen oder nicht mehr im Berufsleben sind tatsächlich. Würde ich die mal wirklich rausgreifen. Und wenn wir uns das mal anschauen, Thema Muskelfasern war auch das Thema heute Morgen schon beim Leistungssport. Das ist auch für ältere Leute hochinteressant. Ich habe im klassischen Trainingsbereich, egal was ich mache, erstmal immer die langsamen Fasern aktiv. Ich trainiere also streng genommen, egal was ich mache, immer erst einmal die Ausdauer. Und erst wenn ich intensiv trainiere, kriege ich dann auch wirklich ein paar von diesen schnellen Fasern mit rein. Bin immer sehr limitiert. EMS macht mir das dann schon ein bisschen einfacher. Haben wir in den Studien heute Morgen auch gut ausführlich vom Dr. Kleinöder zum Beispiel gehört. Schnellkraft, Schnelligkeit, das funktioniert gut. Maximalkraft funktioniert ebenfalls gut. Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich denn diesen Transfer hin von diesem klassischen Problem, dass immer erst die langsamen und dann die schnellen angesprochen werden. Wie kriege ich diesen Transfer beim EMS-Training denn hin und warum? Das muss ich mir einfach mal überlegen, wie gestalte ich entsprechend das Training. Wenn ich jetzt die Schnellkraft im klassischen Training mit einem älteren Menschen machen möchte und trainieren möchte, dann versuche ich eine schnelle Bewegung einzubauen und versuche viel, deswegen die Zusammensetzung, schnell Kraft und versuche möglichst schnell viel Kraft zu erzeugen. Das sind Sprünge zum Beispiel mit dabei. Ich rede jetzt nicht von dem, was wir vielleicht unten in manchen Hallen sehen. Thema Crossfit, dann 50 Mal auf so eine Box springen und so weiter. Habe ich auch schon gesehen, das ist für ältere Menschen recht schwierig. Manche sind dann wirklich aber im bestimmten Alter sehr froh, wenn sie überhaupt eine solche Stufe wirklich auch sprunghaft bewältigen könnten. Für viele ist das unmöglich. Also ich rede dann wirklich davon, dass wir mit so kleinen Sprüngen anfangen. Ich baue eine Spannung auf und versuche dann zum Beispiel einfach nur diesen kleinen Hopser hinzukriegen. Und da scheitert es ja für viele schon. Was muss ich also machen im EMS-Training mit so jemandem, der damit Schwierigkeiten hat? Kann ich mit dem einfach jetzt drauf loshoppeln? Ja, so Duracell-Häschen bringt ja jetzt mal noch nichts. Ich muss dem erstmal beibringen und das ist das Thema Sturzprophylaxe auch. Ich muss landen üben. Ich meine jetzt nicht auf dem Boden sich langlegen. Also wirklich, dass ich sauber lande und dass dann die Bewegung nicht nach unten weiter geht. Wer trainiert Leute über 70? Mal Hand hoch. Ah, das sind doch schon einige mehr. Wie trainieren wir in der Regel Leute, was wird in den Medien transportiert als Bild? Es wird versucht, das Thema vital. Achtet mal darauf, dass in fast allen Zeitschriften die ältere Leute ansprechen sollen, das Wort vital in irgendeiner Überschrift steht. Zweite Wort, agil. Vital, agil. Was heißt agil? Das hat mit Schnelligkeit zu tun. Flink. Aber würdet ihr jetzt als Überschrift nehmen, quick, lebendig und flink, dann weiß ich nicht, ob sich die Senioren so angesprochen fühlen würden. Der flinke Flitzer mit 70, ich weiß nicht. Streng genommen ist es genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Schnellkraft-Elemente rein. Was mache ich also hier in diesem Bereich, wenn ich Schnellkraft haben will, muss ich Energie erzeugen. Und da steht auch etwas, ich mach's mal, guck mal, ob wir es hinkriegen. Energie. Schöne Melodie im Hintergrund. ATP. ATP, das heißt Energie erzeugen. Das ist das, was ich nutzen kann, Adenosin-Triphosphat. Das ist das, was mir Energie liefert, wenn ich es schaffe aufzuspalten. Und da brauche ich ein wichtiges Mineral, ein ganz kleines Thema, Kalzium. Da haben wir wieder die Verbindung zum Thema Osteoporose. Da haben wir das Verbindungsthema Vitamin D. Wenn ich nämlich nicht genug Vitamin D bekomme, speichere ich in der Regel auch nicht genug Kalzium. Wenn ich nicht genug Kalzium gespeichert habe, habe ich vielleicht nicht genug Energie. Kriegt man auch mit, bei uns schon in unserem Alter, dass viele sich ständig so ein bisschen lahm fühlen. Dass sie nicht wirklich aus den Pötten kommen, was ihre Muskulatur angeht. Die kriegen auch keine gute Muskelkontraktion hin. Da mal vielleicht schauen, Vitamin D, einfach mal raus in die Sonne. Wenn jetzt Sommer kommt, das ist immer noch das beste Supplement. Und viel draußen, viel bewegen und das auch viel aufzunehmen. Ernährung nochmal dazu, ist nicht unser Thema. Mich interessiert, was passiert da im Alter? Ein ganz wichtiges Thema, hormonelle Veränderungen. Und da haben wir mit EMS auch ein ganz, ganz tolles Thema. Das ist eine lokale EMS-Studie, die gemacht wurde und verglichen hat, wenn ich willentliche Kontraktionen mache und das vergleiche mit EMS, also sogenannten unwillkürlichen Kontraktionen, die durch EMS hervorgerufen werden. Dann habe ich eine um bis zu dreimal höhere, direkt im Anschluss an das Training stattfindende Ausschüttung an Wachstumshormonen. Und Wachstumshormon ist eine Art Anti-Aging-Hormon. Das heißt, das hilft auch so ein bisschen dabei, die körpereigenen Eiweiße besser zu nutzen. Und damit auch vielleicht beim Muskelaufbau ein bisschen zu unterstützen, wenn ich wieder Muskulatur erhalten kann, schaffe ich es auch besser, Körperfett wieder abzubauen. Also da müsste ich auf jeden Fall mal ansetzen. Und das brauche ich normalerweise in einer hohen Intensität. Jetzt haben wir das Glück, beim EMS müssen wir nicht zu hoch gehen, um diese schnellen Fasern auch mit reinzukriegen, die ich auch dazu benötige. Was muss ich in der Planung beachten mit den Senioren? Und ganz wichtiges Thema, ich muss auf die richtige Belastung und Erholung achten. Auch da kennen wir vom Leistungssport. Bei den Senioren ist das ein bisschen anders. Die haben jetzt nicht unbedingt hier ihre sechs bis sieben Krafttrainingseinheiten, aber dürfen nicht unterschätzen, die regenerieren oft zu wenig. Auch im Alter, ich kenne das von meinen Eltern, da macht man plötzlich mehr, als man vorher gemacht hat, bevor die Rente da war. Die haben nie Zeit. Und das ist auch ein sehr, sehr entscheidendes Thema. Wenn ich ältere Leute trainiere, dann habe ich in dem Moment als Trainer tatsächlich die Verpflichtung, immer möglichst den gleichen Zeitpunkt in der Woche einzuhalten. Meine ältesten Kunden, das sind die verlässlichsten Kunden, gebe ich voll und ganz dem Wolfgang Kemmler recht, wenn er sagt, das ist eine ganz tolle Zielgruppe. Die bleiben. Das sind die Kunden, die schon seit Jahren da sind. Die kommen immer jeden Dienstag und Donnerstag stehen jeweils Kunden um zehn, um elf, zwölf. Das sind so diese Zeiten, wo wir sonst immer Leerlauf haben. Da stehen die da. Und die freuen sich, weil die nicht überlegen müssen, noch vor der Arbeit oder nach der Arbeit. Die wollen auch nicht das Getränke haben um 18 Uhr in den Fitnessstudios. Das sind diejenigen, die wirklich diese Lücken, die wir nun mal in unserer Terminplanung haben, nicht nur ein bisschen, sondern perfekt ausfüllen. Das sind die aber, für die ich auch mir Zeit nehmen muss. Das heißt, ich muss auch solche Themen vielleicht mal ansprechen. Wie sieht es aus mit deiner Erholungsfähigkeit? Drinkst du genug? Wie gehe ich überhaupt vor? Funktionelles Training wird immer wieder mal genannt. Was heißt funktionell und so weiter? Das baut sich so auf, dass ich erst mal überlege, ich muss erst mal Mobilität und Stabilität aufbauen, bevor ich in diese ganzen Parameter, Ausdauer und so weiter reingehe. Das heißt, jemand, der nicht stabil ist, der nicht eine gewisse Mobilität in den Gelenken besitzt, den kann ich dann auch erst gar nicht mal intensiv belasten. Den muss ich erst mal aufbauen. Deswegen bin ich sehr dankbar für die Themen, was Pan und Sebastian angesprochen hatten, mit dem Thema Rücken zum Beispiel. Ich muss mich langsam steigern, Step by Step. Und vor allem, ganz wichtig bei älteren Leuten, habt bitte einen Plan. Die einzigen, die mich immer danach fragen, was machen wir beim nächsten Mal, das sind Leute über 70. Die wollen das wissen. Die wollen wissen, geht ihr planmäßig vor? Wenn ich die Werbung mir anschaue, im EMS-Markt, im Fitnessmarkt ganz spezifisch nochmal, die ist sehr jugendlich zugeschnitten. Da geht es um hier schlank in so und so vielen Wochen, um so und so viele Muskeln und so weiter. Das interessiert die meisten nur ein bisschen geringfügig. Die interessiert, werde ich da gut betreut. Betreuungsschlüssel ist da A und O. Von statisch zu dynamisch, brauche ich euch nicht mehr erzählen, haben oft genug gehabt. Aber ich muss wirklich langsam anfangen, ich muss erstmal etwas halten können, bevor ich das in Bewegung umsetze. Was mache ich für Vorgaben? Können wir uns eigentlich an dem Thema Rücken so ein bisschen orientieren? Ich versuche verschiedene Positionen einzunehmen, diese erstmal zu halten. Und dann bewege ich mich mal von einer Position in die nächste, steigere immer mehr und mehr und suche mir auch da ganz wichtig Feedback. Wo spürst du das, wie intensiv kommt das hier und da an? Und das möchte ich Ihnen einmal mit Ihnen zusammen machen. Sie sind jetzt nicht hier auf einem kleinen Fitness-Symposium, um den ganzen Tag zu sitzen. Deswegen sind Sie jetzt alle mal eine Seniorengruppe, bitte. Ich habe ja gesagt, ab 30, in manchen Sportarten ab 25 ist man Senior. Das heißt, alle, die jetzt sich da ein bisschen angesprochen fühlen und die andere Senioren vielleicht auch mal trainieren wollen, dürfen jetzt bitte mal alle aufstehen. Und wir machen jetzt einfach mal ein paar ganz, ganz einfache, aber schön effektive Übungen, die ich gerne mit älteren Leuten auch mache. Nummer eins, ich gehe erst einmal in eine Grundposition. Ich lege das mal ein bisschen zur Seite. Ich habe die Angewohnheit, die ganze Zeit da drauf zu drücken. Wenn ich dann anspanne und dann ist eben der Vortag schon vorbei und der Nächste. Wir gehen in eine Grundposition. Das heißt, diejenigen, die mit EMS arbeiten, wissen, was ich meine. Für die anderen, wir stellen so die Füße hüft- bis schulterbreit auf, fest in den Boden. Stabil, Knie sind leicht gebeugt. Hintern leicht nach hinten raus. Also nicht diese verkümmerte Haltung, sondern ein bisschen rausdrücken. Stolz die Brust heben und ein wenig anspannen. Wir wollen ja nicht den Bauch rausdrücken, wir wollen so ein bisschen eine Grundspannung halten. Den Deckel drauf, wie es so schön heißt, von dem Zylinder. Ja, Deckel drauf, Zwerchfell und ein bisschen zumachen. Das kriegen wir hin, indem wir ein bisschen auch mal festmachen. Mal kräftig ausatmen dabei. In die Position stelle ich jetzt erstmal meinen Kunden und sage ihm dann, er soll sich auf sein Ziel konzentrieren. Was haben viele Senioren als Ziel? Entweder sie wollen ein bisschen wieder abnehmen oder sie wollen einfach sich besser fühlen. Wie fühle ich mich besser, indem ich mal ein bisschen Hormonausschüttung mache. Jetzt mache ich mit Ihnen mal ein bisschen Hormonausschüttung. Bleiben wir in der Position. Und jetzt will ich ja Schnellkraft ein bisschen auch trainieren. Das heißt, ich stelle mir eine maximal schnelle Bewegung vor. Und zwar versuche ich, so schnell ich kann, meinen gesamten Körper anzuspannen. Machen wir zusammen. So schnell ich kann, ganz fest anspannen. In drei, zwei, eins, schnell. Jetzt lasse ich langsam wieder locker. Lasse ich die Luft wieder raus. Drei, zwei, eins. Jawohl. Wird so langsam, kommt so ein bisschen Energie zurück vom vielen Sitzen. Und das, obwohl man es sich eigentlich nur vorgestellt hat. Man hat sich ja nicht wirklich schnell bewegt. Das ging ja nicht viel. Das versuche ich jetzt auch mal mit Ihnen. Alle mal runter in so eine halbe Kniebeuge. Wir wissen, manche haben ein bisschen engere Hosen an. Nicht, dass es dann heißt, der Vater macht da wieder die Hosen kaputt. So, in Gedanken mal runtersetzen. Bleiben wir mal in dieser Position. Ja, jetzt gehen wir nochmal nach oben. Und jetzt machen wir das Ganze mal mit wirklich Willenskraft runtersetzen. Das heißt, wir stellen uns jetzt nicht mehr dieses Schnelle vor, sondern wir wollen Spannung aufbauen. Also bauen wir jetzt mal Spannung auf, hier vorne am Oberschenkel. Dann nehmen wir mal die Hände hin, dass wir das auch mal spüren. Erstmal noch ein bisschen locker lassen. Kann man so ein bisschen bewegen noch. Ja. Und jetzt mal ganz fest anspannen. Das sind quasi die Hände des Trainers, der dann überprüft, ist da auch wirklich Spannung drauf. Fest. Und jetzt ganz langsam ein bisschen den Hintern runterdrücken. Und diese Spannung nicht aufgeben. Ein bisschen runterdrücken, den Hintern festbleiben. Da wird immer fester. Wir drücken quasi so richtig von oben drauf. Und jetzt stellen wir uns vor, wir sitzen hier auf einem kleinen Ball. Und diesen Ball, den müssen wir jetzt nach unten zum Platzen bringen. Richtig runterdrücken. Und jetzt mit Spannung wieder. Ah, schön, ne? Dürft ihr euch wieder setzen für einen Moment. Das war nichts anderes als eine Kniebeuge. Ich habe eine Sache nur gemacht. Ich habe Bilder in den Kopf gesetzt. So soll es da ein bisschen mehr passiert, als einfach nur eine Kniebeuge. Denn Kniebeugen geht ja noch. Aber meistens heißt es mittlerweile nicht mehr Kniebeugen, sondern Squat. Und ganz ehrlich, wenn ich, ich habe meinen ältesten Kunden, den ich trainiert habe in der letzten Zeit, war über 80, 85. Der hat zwischendurch mit einem anderen Trainer trainiert und sagte, ich habe nicht verstanden, was der von mir will. Ich sollte irgendwelche Watts machen. Und irgendwelche Decklifts, das waren Deadlifts, waren gemeint. Kreuzheben hat man dazu gesagt, was der Sebastian und der Panos auch vorgemacht haben. Das waren dann solche Geschichten hier. Und Bilder einsetzen. Ja, macht keinen Deadlift. Der soll sich jetzt vorstellen, der schiebt jetzt mit seinem Hintern hier die Schublade zu. Tür ist offen, Tür zu drücken mit dem Hintern, Lichtschalter ausdrücken, was auch immer. Irgendetwas, was Sie auf Ihren Alltag ein bisschen transferieren können. Was ist das Allerwichtigste, nämlich beim Thema Vitalität? Ich muss den richtig anleiten, damit er sich auch vital fühlt. Das ist das Problem, was wir in Studien haben. Bei den Studien versuchen wir das Thema Motivation völlig rauszukicken. Weil es kann ja einfach sein, dass nur der Trainer gut war und das Gerät war irgendwie durchschnittlich. Ein guter Trainer kriegt auch mit einem durchschnittlichen Gerät ein Ergebnis hin. Da muss jetzt gezeigt werden, dass das Gerät auch was kann. Deswegen als Trainer, so wie hier mein Kunde, das ist ein paar Jahre her. Da war ich noch jung und noch kein, doch da war ich auch schon Senior, war ich auch schon über 30. Visuelles Arbeiten, verbales Arbeiten und taktil. Das heißt, was mache ich auf visueller Ebene? Ich mache das vor, ich übertreibe. Ich bringe meinen Kunden dazu, wenn der den ganzen Tag so rumläuft, dann stelle ich mich auch erst mal genauso vor den Hin. Spiegeln. Der muss erst mal realisieren, sage ich, hallo Hans. Und dann merkt er, oh, laufe ich wieder so rum. Sag ich, ja, und jetzt gehen wir mal ein bisschen mal nach oben. Und der geht automatisch mit. Und was ich jetzt bei dem einen oder anderen gesehen habe, der ist automatisch in dem Moment so ein bisschen mit hochgegangen. Das kann man gar nicht anders, wenn einen jemand anschaut und sagt, komm, jetzt setz dich mal auf. Da geht automatisch, gehen die Augen schon mal ein bisschen mit. Man wird ein kleines bisschen größer automatisch. Das ist schon mal Ziel Nummer eins. Visuell. Verbal. Ich muss ihm erklären, was er machen soll. Und vor allem, die Elternleute wollen auch gerne wissen, warum. Nicht, weil es Spaß macht. Das interessiert jemanden, der Sumba macht. Ich habe noch nie jemanden im Sumba-Kurs gefragt, warum mache ich jetzt bei der dritten Bewegung eine Drehung? Ja, in einem Seniorenkurs wird euch sowas passieren. Der will wissen, warum muss ich das tun? Was bringt mir das Ganze? Und nicht, es macht einfach nur Spaß. Ich will dich ein bisschen ablenken. Wenn es so ist, dann sag das dem. Mache ich auch manchmal. Sag einfach nur, du, das ist einfach nur, dass du mal nicht an dein kaputtes Knie denkst. Ja, deswegen machst du jetzt gerade mal was für die Schulter da oben. Du bewegst dich. Taktil. Anleiten führen. Schönes Beispiel. Wenn jemand Probleme hat mit dem Rücken. Und ich sage euch wirklich auch, die älteren Menschen, die keine Rückenprobleme haben, die kommen trotzdem wegen Rückenproblemen. Zumindest ist das so ein bisschen der Aufhänger. Das Gemeine ist, man darf älteren Leuten das auch nicht komplett wegnehmen. Wenn die Rückenschmerzen komplett verschwunden sind, haben die manchmal in ihrer Gesprächsrunde nicht mehr viel zu erzählen, wenn da keine Schmerzen sind. Das ist das Gemeine. Deswegen, ich sage mal so, bei älteren Leuten ist nicht das Ergebnis das Ziel. Die wollen nicht schneller auf fünf Kilometer sein oder irgendwas. Ja, vielleicht ein paar Senioren Sportler. Aber grundsätzlich ist dieser ganze Prozess, der Weg, dieses gemeinsame Gehen, diese soziale Komponente, das ist das Entscheidende, warum jemand im Alter weitermacht und dabei bleibt. Mein ältester Kunde hat tatsächlich zu einem meiner Trainer gesagt, ich komme hier einfach hin, weil ich einfach wunderbar unterhalten werde. Und ich habe donnerstags ja sonst nichts zu tun. Ich habe eigentlich keine Probleme. Das bisschen Zwicken hier, das bisschen Zwicken da, okay. Und eigentlich esse ich ganz gerne, aber bei euch habe ich wenigstens Spaß dabei, in der Stunde, wo ich bei euch bin. Und muss mich nicht auch noch konzentrieren, irgendwelche Hausaufgaben zu machen. Ja, das wollen die meisten auch nicht. Sollten sie vielleicht, aber wollen sie nicht. Mentale Visualisierung. Das heißt, ich muss dem wirklich was ins Gehirn reinpflanzen sozusagen, was er sich darunter vorstellt. Wenn er sich vorstellt, er möchte mehr Muskulatur haben, dann soll er die ganze Zeit auch diese Muskulatur mal bewusst spüren lernen und anspannen lernen. Ja, was hilft das, wenn er sagt, ja, ich möchte ein bisschen schlanker sein, wenn er die ganze Zeit beim Training den Bauch rausdrückt und sich runterdrückt und sich eigentlich breiter macht. Da muss ich dann auch darauf achten, dass er mal wirklich das Ganze auf Spannung zieht, so wie er sich das vielleicht vorstellt. Dann spürt er auch, wie fühlt sich sowas an. Panos hat es schon gesagt mit der Weste. Da merkt er sofort, das ist hier beim Atmen auch schön eng. Und dieses in Anführungszeichen Korsett, das soll der auch spüren. Arbeitet während der Impulse, aber auch während der Pausenzeiten mit gerade diesen Leuten. Denn die neigen dazu, einfach dann locker zu lassen. Und die sollen verstehen, dass sie das im Alltag ja auch nicht können. Es ist ja nicht so, dass ich dann die Wasserkiste vom Boden aufhebe und dann lasse ich einfach wieder hängen. Sondern auch da muss ich ja, wenn ich die weitertragen will, brauche ich ja die Spannung. Und die ist nicht nur vier Sekunden. Ich muss Kraft aufbauen. Kraft heißt, in unserem Fall, es reichen niedrigere Intensitäten als beim klassischen Krafttraining. Ich muss die gerade die nicht überlasten. Darf die aber auch nicht unterfordern. Häufiges Thema bei älteren Leuten, die von jungen Trainern trainiert werden, die werden sehr vorsichtig behandelt. Manche von denen haben den Zweiten Weltkrieg überlebt. Die können einiges ab. Gerade meine Erfahrung, je älter die werden, umso mehr können die tatsächlich auch aushalten. Und da muss man eher sogar so ein bisschen bremsen. Ja, also eher runterfahren von der Intensität, macht die Übung einfach ein bisschen schwerer. Dieses bewusste Anspannen, sich mal langsam setzen und diese Spannung beibehalten. Dann auch mal vielleicht prüfen, durch so ein Gegenschütteln, hey, bist du überhaupt angespannt? Dass da so ein bisschen ein kleiner Wettkampf entstehen kann. Die brauchen solche Herausforderungen. Das haben die im Alltag viel zu wenig. Schaut euch Magazine an. Wenn ihr, ich habe zum Beispiel im Vorfeld für meine Präsentation überlegt, okay, was mache ich da? Ich habe mir versucht, Studien anzuschauen. Ich habe mir versucht, irgendwelche Magazine zum Thema Alter und Sport anzuschauen. Ich finde zu 99 Prozent nur Ausdauersport und wie es so schön heißt, Senioren, Gymnastik, Stuhlkreis und so weiter. Ich finde nichts mit einfachen Nichtsportlern mit hohem Alter zum Thema Krafttraining. Nichts. Da wird Krafttraining so verstanden, ich nehme eine Ein-Kilo-Hantel und mache damit Bewegungen. Ganz ehrlich, wenn die einkaufen gehen, dann ist die Einkaufstüte ungefähr fünf bis zehn Mal schwerer als das, was sie da als 500 bis 100 Gramm Gewicht in Anführungszeichen bewältigen. Die brauchen eine Herausforderung. Gebt denen diese Herausforderung. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der Spannung haben will, dann kriegt er von mir Spannung und zwar überprüfe ich die. Ich brauche nicht weiter aufzudrehen. Das Level immer weiter, weiter, weiter. Das brauche ich nicht. Ich muss dem die Übung so erschweren, dass der merkt, ich kann was leisten. Dann gebe ich ihm Widerstand, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, soll mal nach hinten ranziehen oder etwas wegschieben. Dann gebe ich dem einen Widerstand und zwar nicht einen kontinuierlichen, dass er sich reinlehnt oder so nach hinten reinlehnen kann, sondern ich halte den fest und ziehe da so ein bisschen. Ich fordere den heraus. Und was passiert hier? Das probiere ich nämlich jetzt auch nochmal mit Ihnen. Das ist eine wunderschöne Übung. Dürfen Sie alle nochmal aufstehen? Ja, Bewegung ist angesagt. Das ist übrigens auch eine tolle Übung für zwischendurch. Wenn lange Sitzen, Bildschirm und so weiter dann der Fall war. Die Hände mal wirklich ineinander greifen. Schultern ein bisschen runter. Festen, stabilen Stand. Also die Knie sind leicht gebeugt, so wie in der Grundposition. Und was jetzt fest auch die Arme anspannen. Man soll sich vorstellen, man ist jetzt gerade unter Strom, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, jetzt ist Impuls. Und jetzt fangen an, die Arme sich hin und her zu bewegen. Und nur die Arme, der Rest des Körpers bleibt stabil. Wenn wir das langsam machen, Beispiel Seniorengymnastik. Ich mache langsam und vorsichtig. Dann passiert da gar nichts. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Bisschen mehr anspannen. Und jetzt geht es hier mal richtig hin und her ab. Ja, guck mal, die Hüfteln wackeln auf einmal. Und das mal ein bisschen halten. Machen wir mal noch zwölf Sekunden. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Okay, jetzt darf ich mal entspannen. Auf einmal ist da alles aktiv. So kann ich einfach mal mit einem ganz, ganz einfachen Mittel bringe ich meinen Kunden dazu, dass der seine Muskulatur ganz körpermäßig anspannen. Dann gebe ich ihm Hilfen. Mache jetzt auch, wir wechseln mal die Hand, dass es nicht so einseitig wird. Andere Hand nach vorne. Das ist für manche schon koordinativ sehr anspruchsvoll. Und jetzt versuche ich einfach mal, Druck aufzubauen mit dem ganzen Fuß in den Boden. Stell mir vor, ich drücke den ein bisschen nach außen weg, den Boden. Ich ziehe den quasi unter den Füßen auseinander. Und mache das jetzt nochmal. Das heißt, auf einmal merke ich, naja, die Beine werden ein bisschen stabiler schon. Da passiert ein bisschen was. Und für mich wird es ein bisschen anstrengender zu sprechen auch dabei. Machen wir auch nochmal zehn Sekunden. Manche sind schon im Wettkampfmodus. Fünf, bei manchen. Na, nicht den Kopf hin und her. Drei, zwei, gut. Und auf einmal merke ich da auch überall plötzlich Spannung. Habt ihr gespürt? Ja? Hier so ein bisschen gemerkt, wenn ich ein bisschen anspanne, wird es stabiler, wenn ich locker lasse, hin und her. Setzt euch nochmal. Wir haben es gleich geschafft. Außer solchen kleinen Spielchen, nenne ich es mal, wie ich einfach spielerisch den Kunden dazu bringe, mehr zu geben. Mehr bewusst und selbst anzuspannen und nicht einfach nur das Gerät machen zu lassen. Muss ich natürlich auch dran denken, dass er sich wirklich auch mal erholt. Das ist gerade bei denen oft so ein bisschen vernachlässigt. Ernährung und Hydration. Das heißt, die müssen genug trinken. Wir wissen, dass ganz viele ältere Leute vergessen zu trinken. Die haben das Durstgefühl irgendwann verlernt und interpretieren ganz oft Durst als Hunger. Und dann geht das Essen los, statt etwas zu trinken. Also da muss man wirklich die Leute darauf aufmerksam machen. Deswegen kriegen die immer erst mal einen halben Liter Wasser zu trinken. Und auch wenn die sich beschweren, die trinken erst mal mindestens die Hälfte davon vor dem Training. Mindestens. Eher so 0,3, 0,4. Im Idealfall haben sie das ganze Ding aufgetrunken. Beschweren sich immer. Ich bin doch hier nicht im Kuhstall, dass ich hier erst mal das Wasser saufen muss. Wie so eine Ziege. Und ich muss darauf achten, was hat der denn? Dann komme ich zum Thema Rückenbeschwerden. Dann komme ich zu dem Thema Oberschenkel, Halsgeschichten mit Thema Osteoporose und so weiter. Die Anamnese muss bei Senioren sitzen. Da muss ich alles abfragen, was könnte da irgendwas mit reinspielen. Die Kontraindikationen sind da jetzt für mich gar nicht wichtig. Ich muss wissen, wie behandle ich den? Wie trainiere ich den? Wenn ich das richtig mache, dann kann ich richtig trainieren. Wie ich richtig trainiere, ein bisschen ausführlicher, gibt es bei uns immer wieder in den Workshops, in den Schulungen. Und wer sich gerne fortbilden will, darf sich gerne bei uns dann auch vorne mal melden. Gebt den Glucka-Kongress zum Beispiel im Mai wieder. Kann ich jedem ans Herz legen. Da gibt es auch unter anderem von einigen oder sogar von fast allen Referenten, die heute hier sind, noch weitere Praxis- und Theorie-Workshops. Habt ihr Fragen? Will keiner jetzt wackeln wieder. Schlussrunde dabei sein? Also da kann man noch einfach für Sie für den Hinterkopf, wir machen nachher noch eine Schlussrunde mit vielen dieser Referenten des heutigen Tages und da kann man dann auch vielleicht noch mal so ein bisschen querfragen, was sagst du denn dazu? Und der eine zum anderen, du wirst dabei sein, da gibt es dann auch noch mal Gelegenheiten. Und ich habe mir das Stichwort Hydration gemerkt, also jetzt ist Trinkpause. Trinkpause, wunderbar. Machen wir. Erstmal deinen Applaus. Genau. Applaus Machen 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 Vielen Dank.